Ja, so benutzt man Hashtags richtig. Heute geht es zum Thema Hashtag und Hashtags kannst du dir vorstellen, das sind so wie ein Notizzettel, wo dann so eine Gruppe drumherum ist. Du kennst bestimmt so in Venedig, hast du auch schon gesehen, so Touristenführer, wo dann so ein großes Schild haben, zum Beispiel Mondgruppe, oder? Das war jetzt nur so ein Beispiel oder so. Und dann gehen die ganzen Scharen Leute, die sich dafür interessieren, gehen um den Führer rum, oder? Und sowas kannst du dir vorstellen, sowas ist ein Hashtag. Das ist das A und O bei Instagram. Damit kannst du große Reichweite erreichen, indem du deine Zielgruppe einfach deine Hashtags ausspielst. Maximale Hashtags kannst du 30 benutzen. Das heißt, ich würde hingehen und sagen, das Tool benutzen, Take for Likes heißt es, Talk for Likes. Ich kann das hier auch in dem Ding, also ich kann das in meinem Profil dann verlinken oder ihr schreibt mich bei Direktnachricht an und ich schicke es euch dann, das Tool. Damit könnt ihr die Hashtags raussuchen und ich würde jetzt zum Beispiel für eure Zielgruppen relevanten Hashtags raussuchen. Und das sind 29 Stück und dann macht ihr noch einen eigenen Hashtag zu eurem Branding. Zum Beispiel, wir haben einen Hashtag Instaheld oder machst halt einen Hashtag zu deinem eigenen Branding, wenn du jetzt irgendwas, weiß ich was hast, Angelrouten oder sowas. Ja, das war's.